Willkommen, Freunde, zum nächsten Teil unseres Speiseplans. So, wir haben dieses Rätsel endlich mal geknackt und sind jetzt in einem ganz neuen Bereich unterwegs. Ah, ich hasse diese Flammenwerfertypen. Zwei Stück sogar. Ach, das wollte ich, ach, jedes Mal. Halt, da wollte ich doch gar nicht rein. Noch mal zurück. Verdammt. Ah. 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 Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Bin falsch abgebogen. Ich hab's gewusst. Oh. Oh. Das war's. Das war's. Ach, Moment, ich muss ja erst die Fähigkeit aufladen. So. Nein, wieso? Oh, was ist... Ah. 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 Schneiden. Ah. Ah. Was war denn das gerade? Was war denn das? 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 Ich glaube, der ist tot. Ah, sehr gut. Nein, nein, wollte ich doch gar nicht. Da wird bestimmt irgendwas sein, so eine Laserschranke oder sowas. Das war's für mich. Aha! Ich frage mich, ob es noch größer geht. Ich frage mich, ob es noch größer geht. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Na egal, jetzt habe ich hier unten auch was zu fördern. Ich frage mich, ob es noch größer geht. Ich frage mich, ob es noch größer geht. Ich frage mich, ob es noch größer geht. So, kleine Rache, weil ihr mir so weh getan habt. Ah, okay, da bin ich also. Okay. 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 ooooh ach du scheiße ach du scheiße ooooh wow also im Wasser werde ich jetzt automatisch zu würmern naja das ist gut so Leute ich würde sagen das ist ein guter Punkt um Cut zu machen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen mal was uns hier noch alles erwartet also machts gut bis dann und ciao auf 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 auf